Hi Leute, im Hintergrund ist es schon eingeblendet, in diesem Video habe ich einen Teamstick-Server gehackt und ihn danach auch zerstört. Warum das Ganze? Einfach weil der Mitinhaber mich direkt beleidigt hatte. Er hatte mich so begrüßt, jetzt halt doch mal die Fresse, ich muss noch was anderes machen. Also das ist wirklich sehr nett, muss man sagen. Aber das ist nicht mal das größte Problem, das ist nur eine Kleinigkeit, das wäre mir auch scheißegal. Es ging nur darum, dass er einfach gegen Flüchtlinge gehetzt hat und meiner Meinung nach auch ein Rassist ist mit diesen Äußerungen, wo er gebracht hat. Ich kann hier jetzt leider nichts einblenden, weil ich habe es ja nicht aufgenommen, das wäre ja illegal gewesen. Kurze Vorgeschichte, wie ich auf den Server aufmerksam geworden bin. Ganz einfach, der Typ hat die IP selbst gepostet und zwar unter einem Bild von einem Instagram-Account, der AfD nahe ist.